bitte einsteigen, türen fließen, vorsicht bei der abfahrt hallo alle zusammen da seid ihr ja wieder immer schön auf die burgruine schauen, das wahrzeichen der anlage waldkirch, ich habe noch ein bild eingeblendet wie die burg im original aussieht, aber danach habe ich sie nicht gebaut, ich habe sie aus freischnauze gemacht, ja heute geht es mal um einen spezialzug den ich auf der anlage hier fahren lasse, jetzt wundert euch was da kommt dieser zug hat eine schöne fracht, eine wertvolle fracht geladen es ist bernstein, das gold des morgens, selbst gesammelt an der küste der ostsee, genauer gesagt habe ich mal früher ein paar reisen nach königsberg gemacht, also nach ostpreußen und dort an der kurischen näherung, da hat man sehr schöne bernsteinfunde gemacht da war ich ja auch in pillau und ja, königsberg, waren nicken, alles orte in ostpreußen so, dann habe ich mal hier den guter Zug geladen so, hier kommt ein bierwagen, muss er auch sagen so, hier kommt das so, hier kommt die hier kommt jetzt der größte stein den werde ich nochmal irgendwann polieren damit er dann schön glänzt noch ist also fast außen im rot zustand ein sehr schönes stück so jetzt verschwindet der zug im tunnel ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen und würde mich freuen wenn ihr mal wieder hier auf meinen kanal vorbeischaut auch besonders würde ich mich freuen wenn wir meinen kanal abonnieren würde vielen dank voraus und ich sage tschüss